Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Freitagmorgen, den 28. April 2017. Geek Talk Daily 107, mein letzter Tag der Woche, der ersten Woche nach den Ferien, beginnt mit einem Schweizer Thema und endet mit einem. Wir starten mit Samsung Pay, Echo Look, Neon Design, Google Trips, Acer, Heizung, Preise, Apple Cash und Swisscom. Nun ist es endlich soweit. In der News-Folge vom Geek Talk, dem großen Mutter-Podcast, habe ich vor einigen Wochen schon mal ein bisschen gesagt, es kommt jetzt nächstens. Jetzt ist es endlich soweit. Samsung Pay ist in der Schweiz angekommen. Nein, ich bin nicht zum Samsung-Fan migriert oder keine Ahnung was in die Richtung. Ich freue mich einfach, dass ein weiterer Zahlungsanbieter hier in die Schweiz kommt, der auf die neue Technologien setzt und somit den Banken ein bisschen Druck macht, Interessanterweise, Samsung Pay, wie gesagt, startet am 23. Mai diesen Jahres, hat keine Transaktionsgebühren, wie es Apple Pay hat. Das war ja der Grund, weshalb viele Banken streiken wollen, möchten. Lustigerweise weigern sich auch ziemlich alle Banken dagegen. Also Samsung Pay startet leider auch nur mit zwei Prepaid-Kreditkartenanbieter. Also langsam würde ich doch sagen, ein Schelm, wer Böses denkt in Richtung Banken und ihrem Twin-Konsortium. Aber ja, Gratulation an Samsung und guten Start an der Stelle. Dann gehen wir über mit den Amazon Echo. Und Echo Dots hat Amazon es geschafft, die Männer auf die Sprachassistenten zu bekommen. Das möchten sie jetzt auch bei den Frauen schaffen. Und deshalb haben sie jetzt einen Amazon Echo Look vorgestellt. Aktuell nur in den Staaten vorzubestellen, ab 199 Dollar, glaube ich. Und auch nur auf Einladung wieder. Typische Leier, wie zu Beginn beim anderen. Das Ganze ist eine Kamera, die euch hilft beim Kleider aussuchen. Interessante, witzige Geschichte. Wer das in seinem Schlafzimmer stehen haben möchte, da bin ich gespannt drauf. Dürfte mir gerne sagen. Ausprobieren möchte ich es natürlich gerne. Windows arbeitet aktuell an einem neuen Design-Konzept. Das soll oder hört aktuell auf dem Namen Neon Design. Und wie das ausschaut, das haben wir euch im Blog auf daily.geektalk.ch verlinkt. Klickt da doch mal rauf und schaut es euch an. Ich finde das richtig schön. Es schaut irgendwie schick aus und clean. Gefällt mir. Jetzt bin ich gespannt, ob sowas auch umgesetzt wird. Die Updates sollen ja regelmässig und fleissig kommen in nächster Zeit. Google Trips. Wer fleissig unterwegs ist und sowieso alles mit Google Mail macht, sprich die ganzen Daten Google anvertraut, der kann ja, wenn er möchte, die ganzen Reisen, die er tut, über Google Tricks organisieren. Das Ganze ist ein bisschen gestabig, sagen wir Schweizer, ein bisschen unflexibel. Da wurde ein bisschen aufgebohrt. Zumindest kann man jetzt Reisen teilen. Weee. Also Reservierungen. Und man kann jetzt, die Amerikaner haben es gemerkt, nicht die ganze Welt reisten mit dem Flugzeug, auch Bahne- und Bustickets eintragen. Ich werde da mal versuchen, ob das auch mit der Schweizer Bahn klappt. Bin ich gespannt. Dann gab es heute, oder besser gesagt gestern, einen grossen Event von Acer. Die haben an ihrem typischen Event, was sie im Frühjahr haben in New York, einige neue Produkte gezeigt, von Convertibles über Monitore und alles Mögliche. Sehr, sehr spannende Geräte. Interessante Preise. Und wer die Acer-Geräte kennt, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, auch sicherlich sehr, sehr wertige. Ich nehme an, die werden in der gleichen oder noch besseren Ausstattung sein, wie man sie eben von schon vorkannte. Ich bin gespannt. Ich muss mir da das eine oder andere anschauen. Was sie auch ein bisschen mehr gezeigt haben, ist im Bereich das VR-Headset, was sie auf den Markt gebracht haben, möchten, werden, tun. Mein Gott, dieses Deutsch jeweils so früh am Morgen. Ihres Mixed-Reality-Headset, was eben in diesem Jahr noch auf den Markt kommen soll, schaut sehr spannend aus und vor allem auch der Preis dürfte sehr, sehr interessant sein. Microsoft hat damals gesagt, im 2017 kommen solche Heads, ähm, Headsets für um die 299 und ein bisschen aufwärts Dollar. Das ist natürlich eine Kampfansage gegen all diese anderen, die eben nicht nur AR, sondern auch VR und was auch immer alles können. Sehr, sehr interessant. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Teil. Dann gehen wir über zu Richtung Apple. Da, ähm, wie in der Schweiz, also ich zumindest kenne es bei uns vom, 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 vom Bönderland, Sarganserland besser gesagt, dass man früher mit, ähm, Verkehrsverbrennungsanlagen, der, da die Restwärme genutzt hat, um Umgebung, in der Umgebung, ähm, Wohnungen zu beheizen. Also die, die Restwärme hat man dazu verwendet. Mit grossen Rohrpipelines hat man das dann zu den jeweiligen Häusern gebracht. Und Apple macht jetzt etwas Ähnliches in Dänemark. Da wollen sie nämlich mit der Restwärme auch dänische Wohnungen, äh, beheizen. Das Ganze, weil sie aktuell ja hier in Dänemark eine grössere iCloud-Farm aufbauen möchten. Und da gibt es noch mehr, was sie da recyceln. Da, eine Biomasse, die anfällt, nutzen sie unter anderem für die Energienutzung, Erzeugung. Und die geht schlussendlich dann wieder zurück als Dünger. Also sehr, sehr spannend, was da alles eigentlich möglich wäre, wenn man sich nur darum tun hätte. Mein Gott, jetzt kommt schon wieder dieses Deutsch. Ich muss aufhören. Ich habe noch zwei, ne, respektive drei Meldungen. Zum einen haben wir ja diese Woche in der Geek Talk News in der Grossen darüber berichtet, dass Apple die Affiliate-Preise runter senkt. Was aber jetzt erhöht werden, sind die Preise. Zumindest in den EU-Staaten, in Dänemark, in Mexiko, werden Preise zum Beispiel von 99 Euro Cent auf 1,09 Euro hochgesetzt. Also die kleinste App kostet ab dann 1,09 Euro. Und auch die weiteren Preise wurden gestaffelt, also erhöht. Die ganzen einzelnen Preise und weshalb das so ist, Währungsumrechnung, wie halt immer, könnt ihr bei uns auf daily.geektalk.ch nachlesen, in einem Beitrag, den wir dazu verlinkt haben. Dann eben Apple Pay. Jetzt, wo langsam die anderen auch kommen, gehen sie einen Schritt weiter. Und etwas, was ich schon lange vermisst habe, das direkte Geld zu versenden, von einem Device auf das andere, oder von einem Person zur anderen. Das hätte ich mir ja schon lange gewünscht, quasi mit dieser iMessage-Integration, was man da eigentlich hat. Und an der soll anscheinend Apple jetzt ganz stark am Arbeiten sein. Es geht auf die WWDC zu. Da kommen natürlich immer mehr solche Gerüchte und solche Themen in Umlauf. Ich würde mich freuen, wenn sowas kommen würde. Dann das letzte Thema ist was, was man feiern sollte. In Deutschland habt ihr es schon. In Österreich, weiss ich es nicht, der Routerzwang, der abgeschafft wurde. In Deutschland, glaube ich, ein bisschen unter Druck. Glaube ich sogar politischem Druck, wenn ich mich nicht ganz irre. Bei uns ist es jetzt so, dass der grösste Schweizer Provider aktuell alles umstellt auf All-IP. Die Swisscom stellt aktuell 40.000 Kunden pro Monat um. 1,6 Millionen sind schon. Das sind circa drei Viertel aller Kunden umgestellt. Und bis Ende 2017 soll das vollzogen sein. Und mit dem Schritt fällt dann auch ab 2018 der Routerzwang, der Routerzwang, wie man es auch immer wieder richtig ausspricht. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Geschichte. Vor allem, da es andere Hersteller gibt oder Telecom Provider gibt, die das eben nicht tun, öffnet sich da die Swisscom. Und das ist sehr, sehr sympathisch. Somit, ja, dürfen sich viele, viele freuen und natürlich auch viele Hardwarehersteller, die andere Geräte herstellen. Das waren meine News zum heutigen Tag, Freitag. Somit kommt das Wochenende auf euch zu. Hoffentlich bald schon. Ihr habt noch einen Tag vor euch. Arbeit. Ich auch. Und ja, dann hören wir uns in ein paar Wochen wieder. In der nächsten Woche ist der Achim wieder für euch dabei. Somit ab Montagmorgen könnt ihr da wieder fleissig reinhören. Ich bedanke mich vielmals für euer Feedback, was ihr mir die ganze Woche zugebracht habt. Und freue mich. Bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.